Wir würden Ihnen gern was schenken, Herr Pistorius. Was schenken? Nee, passt. Oh. Was wolltest du ihm schenken? Ein super schönen Katalog. Wollte er nicht haben. Make Art Not War ist nicht sein Thema. Sei kein Pistorius. Unterstütze die freie Kunst und bestelle dir den Künstlerkatalog zu unserer letzten Ausstellung Make Art Not War unter www.iaff.pink Make Art Not War